Musik Das Wichtigste war für mich immer, Träume in Erinnerungen zu verwandeln. Und manchmal gibt es diesen Moment, da schaue ich zurück und frage mich, ist das eigentlich alles real? Musik Als ich meine Träume wieder eingefangen habe, hat sich bei mir alles verändert. Alles, was wir tun, dient den Streben nach Glück. Ist das nicht so? Und gleichzeitig blockieren wir uns. Wir haben alle zwei Daten. Geburtsdatum, Todesdatum. Und alles dazwischen ist Leben. Aber die meisten arbeiten fünf Tage, um zwei Tage Wochenende zu leben. Aber ist das dann wirklich Leben? Der einfachste Weg, mein Leben komplett zu verändern, war, einfach mein Leben komplett zu verändern. Simple as that. Musik Musik Also brauchte ich ein Tool und einen klaren Weg, um genau das umzusetzen. Es geht darum, der Zeit eine Bedeutung zu geben. Und nicht erst morgen oder nächstes Jahr. Die Zeit läuft. Jede Sekunde, jede Minute. Es ist das Wertvollste, was wir haben. Musik Das andere Denken war mir eigentlich schon immer egal. Ich hatte meinen eigenen Kopf. Und meine eigene Welt. Und erschaffen durch die Träume, die in meiner Welt sicher eines Tages zu Erinnerungen werden würden. Und heute weiß ich, Familie und Freunde sind das Wichtigste. Vertrauen und echte Verbindungen sind mit nichts aufzuhören. Deswegen ist es Zeit, Träume in Erinnerungen zu verwandeln. Die Momente zu leben und für immer zu speichern. Willkommen im Jetzt. Musik Hast du genug Mut für den nächsten Schritt? Musik 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 Vielen Dank.